Unsere Verbindung zu Ost-Belgien ist uns einfach wichtig. Ich glaube, dass wir da eine ganz tolle Mentalität haben, die man anderswo vielleicht suchen kann. Wir sind sprachenoffen, wir passen uns überall an und so funktionieren wir eigentlich auch im Unternehmen. Also X-CAM, das CAM steht für Computer-Aided Manufacturing. Wir produzieren hier CNC-gesteuert Holzabbund, haben ja eine der europaweit modernsten Abbundanlagen für den Zuschnitt von Holz. Gary und ich, wir funktionieren sehr, sehr gut. Gary ist der Geschäftsführer der Firma X-CAM, das heißt, das ist eben unsere Produktionsfirma hier in Kall. X-CAM sitzt in Belgien, dort ist das Unternehmen ja auch entstanden. Das heißt, wir machen von der Bedarfsanalyse mit den Kunden bis eben das fertige Projekt machen wir in Büllingen mit unserem ostbelgischen Team und schicken dann so gesehen einen Planungsauftrag zur Produktion nach Kall. Zu unserer Spezialität zählt ganz klar die Holzbausätze für die Holzhallen, der Ingenieurholzbau, alles was große Bauteile sind, spezielle Bearbeitungen. Wir können hier auf unserer Anlage bis zu 30 Meter lange Bauteile abbinden, 1,30 Meter breite. Holz ist nachwachsender Rohstoff. Das ist natürlich erstmal der allergrößte Vorteil, den wir haben. Wir lassen alles Holz, was wir verbauen, nochmal neu anpflanzen. Das heißt wirklich, dass der Kunde, wenn er mit uns baut, dafür sorgt, dass es danach mehr Holz auf der Welt gibt als vorher. Es ist auch ein sehr vielseitig einsetzbarer Baustoff, der auch sehr angenehm ist. Wir haben sehr viele Leute, die unsere Halle hier betreten und die erste Frage ist ja, warum bricht es hier so gut? Das ist einfach eine sehr gute Atmosphäre. Die Arbeitersuche ist überall nicht ganz einfach, sage ich jetzt mal. Trotzdem, wir sind ein sehr, sehr junges Team. Also ich glaube, unser Altersdurchschnitt wird irgendwo um die 30 Jahre drehen. Wir haben ein sehr familiäres Umfeld. Wir machen viel zusammen. Wir machen Ausflüge, wir gehen auf Messen. Wir kochen mittags zusammen, abwechseln zueinander, spielen Kicker zusammen. Wir sind auch freitags oft lange im Büro. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind Markenpartner von Ostbelgien, weil wir erstmals alles Ostbelgier sind. Unser Planungsbüro sind Ostbelgier, Gerry und ich sind Ostbelgier, unser Montageteam sind Ostbelgier. Das heißt, wir sind da eigentlich fest verwurzelt, auch wenn unsere Produktion hier auf deutscher Seite ist.